Ich habe gefunden, ein Floral Fury Remix Cuphead von Kumu. Hören wir da mal rein. Lug ist drin. Lug ist drin. Auf jeden Fall sehr geil gemacht. Ich liebe ja den Originaltheam. Von daher... Yo! Deswegen finde ich es halt noch krasser. ... ... Untertitelung. BR 2018 Auf jeden Fall ist das auch mega 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 geil gemacht. Ich würde aber doch tatsächlich sagen, dass das Original etwas besser ist. Aber ich schätze die Arbeit. Wenn ich noch mehr nach Videospiel Soundtracks suchen soll, ob es davon Remixes gibt, schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt in die Kommentare, auf welche Remixes ich auf jeden Fall noch reagieren muss. Aber bisher finde ich den Track tatsächlich nur okay. Führt zwischendurch auf jeden Fall gut. Geiler Song. Wir sehen uns aber in der nächsten Remix Reaction. Der war ganz okay, würde wenn es in Prozenten gehen würde. Eine 48 bekommen. War aber leider auch nur okay. Von daher, ciao und tschüss, euer TMSS. Tschüss.